Ich möchte heute in fünf Minuten meine Analyse mit euch teilen, warum ich glaube, dass die Häuser und die Immobilien im Jahr 2021 weiter an Wert gewinnen, also noch teurer werden. Steigen wir mal direkt in die Materie ein. Hier seht ihr die Immobilienpreisentwicklung, hier sogar nur bis 2016, aber ihr habt einen guten Vergleich zwischen den Großstädten, ganz oben den Städten und insgesamt dem Trend. Und wir können eindeutig sehen, ja, die Immobilienpreise gehen nach oben und die werden immer teurer. Auf die letzten vier, fünf Jahre betrachtet können wir auch sehen, dass eindeutig der Trend dazu übergeht, dass immer mehr Menschen eine entweder gebrauchte Immobilie, hier die blauen Balken, kaufen möchten oder neu bauen möchten. Und der Trend hält an und wird jedes Jahr etwas stärker, wie wir sehen können. Sehr interessant ist es zu beobachten, die Vermögenspreisinflation. Ja, wir haben allgemein eine eher niedrige Inflation, aber das tut sich nur auf Konsumentengüter beziehen. Hier auf der rechten Seite seht ihr, dass die durchschnittliche Inflation bei Wohnimmobilien knapp 5% betragen hat, und zwar in den Jahren 2012 bis 2019. 5%. Das ist deshalb so fatal, weil Immobilien an und für sich schon sehr teuer sind. Da machen natürlich 5% wesentlich mehr aus, als wenn eine Gurke um 5% teurer wird. Wenn der Zins weiter so niedrig bleibt, es ist noch sehr viel Geld vorhanden, dann müssen wir überlegen, was wird mit dem Geld passieren. Nehmen wir mal an, die Leute realisieren, sie bekommen auf ihr Konto nicht nur keine Zinsen mehr, sondern sogar Negativzinsen. Wir haben Sparguthaben in Höhe von 558 Milliarden Euro auf Konten liegen. Das Geldvermögen liegt bei 6,33 Billionen Euro, was noch vorhanden ist. Das gesamte Immobilienvermögen beträgt 4,73 Billionen, Stand 2019. Das heißt, die oberen zwei Blöcke, die können theoretisch weiter in Immobilienvermögen fließen, zumal die Immobilienquote in Deutschland sehr niedrig ist im Vergleich zum europäischen Ausland. Der größte Fehler, der gemacht wird, ist immer nur die reine Betrachtung der Immobilienpreise. Die sagen gar nicht so viel aus, sondern man muss die Immobilienpreise immer in Verhältnis zu den Bautzinsen setzen. Und die sind eben im selben Verhältnis gesunken, und zwar im selben Zeitraum, wie eben die Immobilienpreise gestiegen sind. Und ich zeige euch jetzt mal ein Rechenbeispiel, woran ihr sehen könnt, wo der Unterschied liegt. Nehmen wir an, wir nehmen ein Volldarlehen, 100% Finanzierung zu einem aktuellen Zins von einem Prozent auf. Und wir bezahlen dann die ganze Immobilie über einen gewissen Zeitraum. Dann haben wir ein folgendes Ergebnis. 300.000 Euro ist der Betrag, den es kostet. Insgesamt 65.000 Euro Zinszahlung, also kostet die Immobilie insgesamt 365.000 Euro. Plus Kaufnebenkosten, da gehen wir nicht drauf ein. Wenn die Immobilie vorher 200.000 Euro gekostet hat, einige Jahre früher, und beispielsweise im Jahr 2000 hatten wir einen Zinssatz von 6%, dann macht das folgende Rechnung. Das Haus hat zwar nur 200.000 Euro im Kaufpreis gekostet, allerdings, die Macht des Zinseszins, ihr musstet 170.000 Euro Zinsen zahlen. Denn insgesamt also auch 370.000 Euro hat euch die ganze Geschichte gekostet. Der Zins ist eben ein sehr, sehr, sehr entscheidendes Element bei Immobilien. Und deshalb haben Generationen vorher teilweise ihre Häuser doppelt bezahlt. Und man muss bei der Gesamtbetrachtung immer den Zins im Verhältnis zum Kaufpreis sehen. Und dadurch kann man sagen, dass die Immobilien gar nicht so viel teurer geworden sind, wie es augenscheinlich eigentlich der Fall ist. Ich bin mir relativ sicher, dass die Vermögenspreise weiter steigen werden. Also Aktien, Gold, Bitcoin, auch Immobilien. Denn die Finanzausweitung, also die Geldmenge, die immer mehr in den Markt gepumpt wird, die nimmt nicht nur linear zu, sondern jetzt schon fast exponentiell. Und da haben wir eben das Problem, dass die Vermögenspreise auf breiter Front steigen werden. Warum also nicht die Immobilien? Die Deutschen sind generell so, dass sie gerne in Sachwerte fliehen und auch in Immobilien. Und wir haben ja gesehen, die Immobilienquote hier beträgt noch keine 50%. Das heißt, immer mehr Menschen werden sich auch Gedanken machen, warum solle ich weiter eine Wohnung mieten, wenn ich mir quasi relativ günstig, also mit wenig Finanzierungskosten auch Eigentum holen kann. Und diese Rechnung, die ich vorher gezeigt habe, die werden sich eben auch viele Menschen überlegen. Und sobald wir Negativzins auf Konten bekommen, dann werden sich immer mehr Menschen Gedanken machen, was mache ich eigentlich mit meinem Sparguthaben? Ich nehme es lieber von der Bank und investiere es eben in Sachwerte, die vermutlich sogar weiter im Wert steigen werden. Eine ähnliche Betrachtungsweise könnte man auch bei den Aktienkursen anlegen. Das ist auch ein Grund, warum sie trotz so hoher Bewertung wie eigentlich noch nie, trotzdem wahrscheinlich noch weiter steigen könnten. Mich würde eure Meinung interessieren. Denn Immobilien, muss man eins dazu sagen, sind ja regional sehr unterschiedlich bewertet. Ich nehme nur das Beispiel München. Was glaubt ihr bei euch in eurer Region? Wie sieht da die Nachfrage aus? Mehr Infos schaut mal in der Videobeschreibung. Da habe ich noch einige Tipps für euch. Vielen Dank.